so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von show and play minecraft ja und ich würde sagen solange wir hier ja unsere map noch nicht gefixt haben wir haben mittlerweile auf facebook versucht herauszufinden unsere follower zu fragen wie es denn funktionieren könnte dass wir unsere map irgendwie reparieren wegen den monstern die wir ja nicht am start haben und so weiter und so fort so ein paar junk fehler gibt es ja irgendwie und ja da gab es mittlerweile ein paar gute antworten und ich werde mich dann mal an die map ansetzen und gucken wie ich das am besten hinbekomme dass wir trotzdem dass die ja dass unsere map so kaputt ist wir weiter spielen bis es soweit ist würde ich jetzt einfach mal sagen spielen wir ganz normal weiter und lassen uns davon irgendwie gar nicht runterziehen das letzte mal war ich wirklich super traurig irgendwie ist ja auch verständlich wir haben so lange an der map gespielt und ja guten tag liebe lang nasen ich würde sagen wir machen es einfach ganz normal weiter wir haben ja noch einiges zu bauen und projekte zu machen und deswegen würde ich sagen let's go also ich bin ganz optimistisch dass wir das hinbekommen mit der map von dem her alles gut so liebe lang nasen wie sieht es bei euch aus alles gut ja ich sehe schon wunderbar und da würde ich sagen gehen wir erst mal auf unser feld da sehe ich gerade ja als ich durch das fenster unsere schlafzimmer geschaut habe übrigens texture pack gefällt mir richtig richtig gut dass die glas scheiben jetzt hier auch so transparent sind und da nichts in der mitte ist beim anderen texture pack war das so da war halt immer total viel noch pixel dazwischen diesmal ist frei leider funktioniert noch nicht verbundene texturen das ist echt ziemlich schade aber wenn ich es einschalte dann flackert die ganze welt und das wollen wir natürlich nicht das heißt jetzt gerade noch ohne verbundene texturen und ja meine lieben lang nasen kümmern sich hier auch wunderbar um das feld so wie ich das sehe das heißt wir schauen jetzt mal ob wir hier noch ein paar kürbisse abbauen können das sieht so aus als wäre da ein koi im wasser muss man mal sagen so wunderbar außerdem hört ihr es vielleicht das neue texture pack hat auch richtig gute neue geräusche richtig schöne wassergeräusche gefällt mir einfach super geil sehr sehr cool so haben wir außerdem die pflanze abgemacht das darf natürlich nicht passieren einem professionellen profi so wunderbar und dann würde ich sagen daher das sowieso machen wir hier mal die möhren weg so pflanzen sie neu an nicht dass wir die akut gerade für irgendwas gebrauchen könnten aber es ist immer gut ein paar möhren im gepäck zu haben man weiß ja nie ob man nicht zufällig einem pferd begegnet so und ein paar kartoffeln ja komm ich nehme mal mit dann haben wir den kühlschrank gut voll kann auch den können wir ja gut gebrauchen die packen wir dann in den ofen und dann sind die schon vorgebacken das gehört okay seltsame geräusche vielleicht kommt es auch durchs texture pack ich weiß es nicht so und so ein paar gebackene kartöckchen kann man immer mal gut gebrauchen denn wenn einer eine reise tut dann kann er was erleben und wir wissen nicht wie lange wir noch unterwegs sein werden überhaupt mal wieder unterwegs sein werden dann müssen wir mal schauen okay inventar ist voll ich habe ich zeug unterwegs ich war erst gestern noch mal hier auf der map unterwegs hatte wieder besuch und mit dem besuch war ich ein bisschen unterwegs und ja da haben wir so ein bisschen was erlebt deswegen habe ich auch so seltsames zeug im inventar wie zum beispiel einen toten busch und das noch was habe ich denn noch seltsames toter busch guten paar diamanten habe ich gefunden die können wir mal da rein machen die vergifteten da haben wir hier auch einen platz für dann packen wir das da rein und das hier ein wunderbar und die kartoffeln alter dauerbeschallung hier durch die unsere nasen wären hatten wir gleich mal ja genau wir haben nämlich kaktus grün gebraucht weil wir nämlich unsere schäfchen grün gefärbt haben es war der wunsch meines besuches doch bitte die schäfchen grün zu färben denn wir haben bisher alle farben da aber noch nicht die farben grün und grau aber grau will ich keine schäfchen haben grau sieht doof aus braun fehlt noch aber braun ist weiß ich nicht wie man das wie man das machen kann wie man das färbt und ja auf jeden fall haben wir grün am start das ist schon mal ganz nett okay was wollte ich gerade machen was wollten wir machen ja genau wir wollten unser feld draußen bestellen und wir können ja noch ein paar bücher gebrauchen und deswegen müssen wir auch wieder ein paar zuckerstauden an den start bringen das heißt ja da werden wir noch ein bisschen was zu tun haben so dann ab die maus hier mit dem ganzen gedöns wunderbar so hoffentlich kaputt ich habe meine meine mein gartenwerkzeug nicht dabei so wunderschön hier so so hoffe die musik ist gerade nicht so laut und die gefällt euch so wunderbar habe ich das was so das sind die kartoffeln okay manchmal darf ich neulich eine erwischt diese dorfbewohner sind nämlich so cool ein paar von denen sind farmer und das zeige ich euch mal wir haben ja hier hinten unser unser feld am start und der kollege hier das seht ihr auch schon so ein bisschen der kümmert sich hier drum und pflanzt tatsächlich von ganz alleine zeug der genau hier hat er nämlich einfach mal karotten gepflanzt so jetzt pass auf habt ihr gesehen zack eigentlich müsste der jetzt hinlaufen und nochmal neu pflanzen was ich echt cool finde der coole farmer boy am start hier auf unserem richtig gut geworden und fällt ja sieht einfach geil aus super schön so ja dann haben wir weizen dabei und dann zeige ich euch gerade mal unsere grünen schafe hier sind grünen schafe sind ziemlich schön wunderschön ich finde insgesamt die schafe ist mittlerweile richtig lustig ganz so viele rote schafe haben wir nicht die ziemlich pastellig aus aber finde ich in ordnung kann man schon mal so machen so weizen haben wir hier wunderbar und ich würde sagen dann geben unseren schafen doch mal wieder ein bisschen liebe und gucken wir mal was rauskommt wenn ein grünes mit dem blauen schaf und ein gelbes mit dem lilanen und das ein grünes mit dem blauen ergibt das muss doch eigentlich immer andere farbtypen geben wenn wir glück haben haben wir dann irgendwann unendlich unendlich viele farbtypen von dem her ist alles gut so so liebe freunde alles gut haben wir hier irgendwo babys das doch mal da okay ein weißes baby ein orangenes hellblau hellblau lila weiß okay keine großen überraschung gerade dabei aber wird es vermutlich auch nicht geben weil ja gibt halt nur bestimmte farbtypen so dann ist jetzt die frage was machen wir wir haben ja noch in unserem hafen ein bisschen was zu erledigen das heißt ich lege jetzt gerade mal hier das essen aus der hand und dann gehen wir mal rüber zum hafen ähm weil da haben wir noch ein bisschen was zu tun so und ähm ja da können wir mal unseren hafengebäude weiter bauen denn da gibt es ja so ein bisschen noch ähm leerstand da haben wir noch ein bisschen was gemacht und ja da schauen wir jetzt einfach mal dran vorbei was da so am start ist okay was ist was ist das alter ähm 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 Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Herzlich Willkommen zum Endscreen der zweiten Staffel. Genau, ihr habt richtig gehört, die zweite Staffel von Show & Play Minecraft hat begonnen. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Das wäre ein Träumchen. Gerne auch den Kanal abonnieren, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Und ja, schaut ins nächste Video rein, wenn es denn jetzt schon verfügbar ist. Oder auch mal in die allererste Folge. Die Playlist habe ich euch verlinkt. Da hat sich ja einiges getan seit damals. Und vielleicht habt ihr Lust, das alles mal durchzuschauen. Würde mich freuen. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Macht's gut. Ciao. Sauerstandssitzschlag und zu Recht. Untertitelung des ZDF, 2020